Der Klaus läuft das über Abonn im Haus. Ich weiß nicht, ob er das mit zwei oder einem entschreibt. Auf jeden Fall ist er recht herzlich eingeladen. Klaus macht sehr schöne Bilder und Videos. Vor allem hat er unsere Foodblogs gemacht. Hatte die auch die Foodblogs auch gemacht. Das war Klaus von Leutnant Haus. Das ist ganz peinlich, aber die Leute sollen noch wissen, was du kannst. Du darfst jetzt auch drei falsche Töne im Song unterbringen, wenn du willst. Ich weiß nicht, warum sich die Leute verschwinden. Uns geht's auch ziemlich gut. Haben alle was an und ein von der Zuh. Den neuesten Gana-Song sind besättigt von Idioten. Es sind denselben Einheitsbrei. Bekommen wir ein Bebot. Oh, wir Menschen, lasst uns frei. Vielleicht bin ich Optimist. Doch du bist doch anders. Gibt sie nicht denselben Weg. Oh, du bist doch anders, anders, anders. Mach doch einfach eins. Oh, du bist doch anders. Oh, du bist aber anders. Oh, du bist doch anders. Schatz, sich durch das Leben sieht, mach doch einfach alles richtig auf dieses Lied. Vielleicht bin ich optimist, doch du bist doch anders, gibt dir nichts, der selben ist. Und du bist doch anders, 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 anders. Hör auf dieses Lied, hör auf dieses Lied. Vielleicht bin ich optimist, vielleicht bin ich optimist. Du, vielleicht bin ich optimist, doch du bist doch anders. Wie ein wenig optimist, doch du bist doch anders, 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 anders. Optimist.